Moin Moin! Willkommen zurück zu Erlanger, der Held aus dem Warhammer-Universum. Es ist Zeit, Erlanger! Wie benutze ich den Schlüssel? Genau. Der Prozess ist etwas kompliziert. Der Schlüssel muss als Teil eines sehr spezifischen Rituals benutzen, um den Garten zu öffnen. Wieso muss ich an ein Gartentor an so einen kleinen Jägerzaun denken? Ich stelle mir gerade Bragi vor, der da nicht weiterkommt, weil er den Schlüssel nicht hat, vor so einem Jägerzaun steht und so... Verdammte Elfen bauen Jägerzäune! Ich komme nicht drüber! Entschuldigung, meine Fantasielister. Na egal. Bei den Ancestern, Erlanger! Ich habe nicht Zeit für das! Und du machst deinen Weg durch die Räste nach dem Garten-Garten. Ich folge auf eine selben Distanz. Als du mit irgendwelchen Gefahren in der Region hast, werde ich dich mitbekommen und öffnen das Garten. Und was hast du in Probleme? Was dann? Na ja, was ist mit dem Vos? Er könnte mich schützen. So, da auch mal einen Punkt nochmal von dem Spiel. Warum spielt das Spiel nicht mit den Charakteren, die es da hat? Mit dem Vos zum Beispiel. Ich habe es schon mehrfach gesagt, warum geht er nicht mit Bragi mal los? Auch wenn es einfach als KI-Kumpel mal kurz mitmacht. Und eine kurze Geschichte erzählt, vielleicht in Nebenquests. Sowas fehlt hier irgendwie, finde ich. Jetzt, schau mal hier. Es ist sowas, oder ich versuche dich das Ritual. Das könnte für viele Tage dauern. Vielleicht so viel wie eine Woche. Grimnir's Beard! Alles klar, mach es dein eigenes Weg. Bleib bei dir zu Vos und nicht zu tun, oder ich werde dich selbst töten. Entstanden? Oh, ja. Du wirst das nicht vergessen. Du hast meine Worte. Du wirst auf ihn. Jut, dann, äh, ab zum Jägerzaun. Ich glaub, so nenne ich die Folge. Ab zum Jägerzaun, muss ich mir merken. Das ist ein Titel, da klicken bestimmt ganz viele Leute drauf. So, ach, ihr. Meine geliebten Halbnackten und Dämonetten. Jetzt muss ich mal alles einsammeln. Alles weggelaufen. Bleib doch mal stehen. Bleib stehen! Ach wohl, so einen einzelnen Gegner ist mal langweilig. Oh, oh, oh! Wir sind nicht im Waldgebiet. Hier geht's mal auf der einen Seite weiter. Oh, das Gold nehmen wir mal mit. Oh, ist gut, die kommen keckerweise hier hoch. Das ist ganz praktisch. Verdammt, ich muss meine Power aufladen. Jetzt ist das da hinten hingefallen. Ah, ist natürlich weg. Wir Schweine. Oh, sieht ja nett aus. Oh, andere Kuh. Praktisch mit den Spitzen an der Seite. Was mir doch gerade einfällt, so ist das ein Warhammer-Spiel, ne? Aber irgendwie sind's hier so wenig Totenköpfe. Oh, oh, da geht's gleich los. Ah. Oh, ja. Hier geht's ab. Lass mich mal da durch. Oh, der ist tot. Oh. Oh, ist der Standartenpfleger? Geht mir auf den Sack. So, manchever klingt das Sterben echt cool. Hä? Oh, mitnehmen. Na, da ist das Gold. Ich muss echt sagen, wir sind ja schon ewig nicht mehr gestorben, ne? Aber gleich, wenn der Boss kommt, werde ich bestimmt 10 Mal hintereinander sterben, mindestens. Das war ja bei dem Korn-Typen genauso. Oh, lass mich durch. Oh, da kommt schon was. Ah, haben wir alles mitgenommen? Die Power ist noch zu wenig, finde ich. Ich bin gespannt. Was ist das denn, Alter? Was ist das? Ah, das ist so, wir hatten noch bei Korn und Nörgels einen Drachen. Irgendwie erinnert mich das daran. Oh Gott, schütze mich. Oder nee, bei Grimm Dias Bart war das, ne? Scheiße. Nein, 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 deine Mama, Alter! Ah, kacke! Fuck! Ich hätte es nicht sagen sollen. Fuck! Fuck! Ist auch nicht mein Endgegner. Fuck! 20.000 mittlerweile! Mama mia! Oder Fragmente. Vom Wegen, ey! Wart ab hier! Fickst das hier, ey! Das hätte ich da ja mal ein Fahrrad machen sollen. Hier ist Scheißreit hier. Hoch, 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 hoch! Weg, 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 weg. Weg. Jetzt sammeln wir auch nochmal ein. Und weg. Falls der nochmal explodiert. Nein, tut er nicht. Scheiße, der doch nochmal gestorben. Man sollte sowas nicht erwähnen. Er hätte auch mal hier einen Hobel nehmen können für den Powerangriff. Aber natürlich jetzt verschenkt. Und direkt danach kommt bestimmt der Endgegner. Geizigen, gib mir mehr hier. Ganz schön sparsam. Jetzt müssen wir wirklich mal alle Gegner killen hier, damit wir mal... Ah, das müssen wir haben, das müssen wir haben. Oh, die geht ja ab. Ach so, die hätten... Ich hab gehofft gerade, dass es eine ist, die immer weitere Gegner teleportiert, aber sie zieht mich ja nur an sich ran. Die sucht Nähe. Aber jetzt sucht sie den Tod. Wo oben haben wir es liegen lassen. Oh, weg, weg, weg. Wer holt welche dran? Das ist gut zu wissen. Ah, falsche Tasse. Scheiße. Ich wollte auch nur auf Q drücken. So, das müssen wir mitnehmen. Ja, nicht mal einen Balken haben wir. Ist das ein Endboss? Nee, Standartenträger. Yes, and Babu Hamada. Na, ah, das ist eine Vase, die sehe ich gar nicht. Ich drücke die ganze Zeit hin, wundere mich, hä, warum komme ich da nicht hin? Da war eine Vase im Weg. Weil der Zwerg war ja genauso groß wie die Vase. Oh, dich wollte ich schon vergessen. Oh, dich würde ich gerne vergessen. Scheiß, Guido. Hey, zieht sie mich einfach weg. Das ist doch unfair ist das hier. Ah, er kann keine Äxte hochwerfen. Das ist nur eine flache Attacke. Kann nur den flachen Axt wurfen. Ah, er wird hier beim Druck. Ah, ich bin ja. Ah, ich bin nicht mehr. Ah, ich bin nicht mehr. Ah, ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Jo, soviel dazu, da kommen noch mehr, oh oh oh, warte, mitnehmen, hau doch mal, Junge. Oh, das war noch was. Ich nehme das ganze Gold mit, dann ist er schon gestorben. Schade, alle drei kriegen wir nicht hin. Man müsste eh sowieso ein, zwei mal sterben, um zu gucken, was der Gegner an, was der Endgegner so macht, quasi. Aber, das werden wir nicht hinkriegen. Gut, ist doch kein Jägerzaun, aber das cool ist, dass es eine Energiebarriere ist, wo so ein Schlossfeuer ist. Oh, wir gehen hin. Boss, helf mal! Bossi-Bear! Ne, Bossi-Bear will einfach nicht helfen. Sie ist sehr unhöflich. Die stehen da echt scheiße rum, muss ich echt mal sagen. Bossi-Bear! Bossi-Bear! Schandträger nicht töten sollen, weil... Die hätten ja immer mehr Dämonetten hergezaubert und dann hätten wir nochmal... Oh, das sieht toll aus. Ich dachte erst, dass hier so eine tote Frau und das ist... Okay. Ne, das ist einfach nur eine Statue. Meine Fantasie hat da was ganz anderes draus gemacht. So, Bossi-Bear, Erlanger, kommt der mal? Dass die sich auch nicht wehren, fanden ich auch ein bisschen doof. Oh, da müssen wir hin. Da ist ganz viel. Oh, halt! Stopp! Nehmen wir auch mal mit. Yes! Jetzt haben wir alle drei voll. Jetzt gucke ich mir die nochmal an hier. Das ist nur eine Statue, genau. Ein Sichel, Mond und viele Kerzen. Ne, ich dachte gerade so, beim ersten Blick... ...habe ich mir was Cooleres vorgestellt. Sieht trotzdem, trotzdem als Schrein ganz toll aus, finde ich. Ah, Dickerchen hier. Hallo! Hier ist nun mein Dickerchen. Oh! Du hast es getan. Der Weg zum Tempel ist klar. Hm. Geh auf, Dwarf. Ich stehe hier mit Erlanger, während du den Skræling konfrontieren. Wenn er wie die anderen ist, wird er ein Chaos-Relik von großem Kraft. Als er mitgebracht wurde, lasse den Relik an mir. Was für ein großer Inquisitor vom Imperium. Er passt lieber auf Erlanger auf. Er beschützt ihn lieber, als mit uns zusammen... ...ja... ...den Bösewicht aus Kapitel 3 zu erledigen. Was für ein Hempfling. Nudel du. Du hast den Schreisen gefeiert. Und jetzt hast du deinen Weg in die Präsentation von Slanesh selbst. Also wenn wir Korn schon besiegt haben und Nurgle... ...der können wir es auch locker mit Slanesh aufnehmen. Ich weiß nicht. Ich habe eher von den ersten beiden genannten Meerangst. Oh, so eine Badewanne mit Blut und ähm... ...Skelettpeilchen drin, so Köpfchen und so. Ist doch ganz nett. Was ist dein Wille? Sprech. Und der Gott wird die Antwort. Mein Wille? Das ist das letzte Mal, was du hörst, Skrilling. Ich bin hier für den Harbinger. Wo ist sie? Die Sorcerin? Sie ist nicht hier. Aber sie ist irgendwoher nahe. Oh, ja. Ich kann es fühlen. Es war sie, der mich in dieses Tempel ledigte. Wo ich die Gäntel der Torwart verliebte. Und bin ein Champion von Slanesh. Dank an sie werde ich der nächste Herr von Chaos werden. Und die Macht der Horde. Nicht, wie wir dich vorher kastrieren könnten. Sie nennt sich der Harbinger. Aber das ist nicht ihr Name. Sein realer Name ist Helzbeth Bale. Und sie war in der Stadt Nuln. Es gibt so viel, das du nicht kennst. Auch jetzt schaut sie aus den Schatten. Sie sich in ihrem Web. Wenn ich den Typen richtig verstehe, gehört die Hexe quasi nicht zu Slanesh, sondern zu der vierten Fraktion, die ich nicht aussprechen kann. Du willst sie? Sie kann dir sein. Ja, zeig mal. Ey, wir haben unsere Super-Energie verloren. Ich hasse dich, du Kackspiel. Oh, sieht er cool aus. Ah, diese Super-Energie-Bubbles, die haben uns jetzt gefehlt. Was ist das denn da von einer Pack-Attacke? Ich glaub, die Energiedinger sind nicht gut für uns, oder? Und weg. Keine Ahnung, können wir das beschädigen? Oh, das durch Blut dürfen wir schon mal nicht gehen. Hä, ich hab's nicht verrückt gemacht? Oh, Dämonetten-Power! Oh, 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 ganz doof, ganz doof, ganz doof, ganz doof. Sind wir halbtot? Geh mal weg! Ach, dumme Kuh, Alter. Scheiße! Ich hab's geahnt. Ich find auch, wir sind hier grad zu sehr rausgesucht, glaub ich. Das, äh, irritiert mich auch grade. Ja, erneut starten, mit diesem... ...erquickenden Gespräch. Habt ihr verstanden? Okay. Also am Anfang gibt's ne Schutzbarriere, okay, die müssen wir so nach und nach kaputt hauen. Aber das ist, glaub ich, Energie, da darf man nicht rein, oder? Nein, das ist Schaden, okay. Ich wollt's noch mal wissen. Okay, okay, okay. Aua, aua, aua! Quick, quick, quick! Hör auf dich zu heilen, du Hexe! Nee, es ist halt eigentlich ein Hexer oder sowas, ne? Dämoneten-Power! Ach, scheiße. Ich hab echt grad auch zugedrückt, da war ich schon tot. Hm. Ich glaub, das wird noch länger dauern. Tut mir leid. Vor allem, das ist natürlich die erste Phase vom Boss. Die Attacken werden sich natürlich ändern. Darauf muss ich mich ja auch wieder anpassen. Quasi auswendig lernen. Und dann, ähm... ...hab ich den in fünf Stunden durchgespielt hier. Und dann fertig gemacht. In unserer Mega-Attacke wär schon mal die erste Phase im Kinderspiel. Was ist denn hier? Oh, da ist er weg. Wollen wir stehen? Ja! 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 So, ich glaube wir müssen den mal Wir müssen auch auf den Weg gehen, ne? Ich glaube es war falsch, in diese Attacke reinzugehen, wenn er sein Schutzschild hatte, oder whatever was ist. Ah, Wilm und Netten ist jetzt ganz krank, komm her! Weg, 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 weg! Diese komischen Energiebälle kotzen mich auch an! Oh, da war die Energiebälle! Ah, scheiße, ich hab's verpasst! Vielleicht hätte man den, jeden einzelnen Verpflichtetenweiten nur mal gebrauchen können. Ah! Oh, 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 oh! Das erinnert mich ja sowas von an Diablo, oder an irgendwelche alten Spiele. Das ist ne Scheiß-Attacke, die ich scheiße finde. Weil ich scheiße ausweichen muss. Und ich bin scheiße schlecht im Ausweichen. So, er hat sein Superschild, da warten wir auch noch mal ganz kurz, bis der weg ist. Guck, da ist ne Energiebälle, nehme ich mal mit. Fuck! Ich hab' mich verdrückt. Komm zu mir, hier! Ah, wenigstens, das hat was gebracht. So! 1,3 Regeneration! Regenerier dich! So, jetzt mal weggehen. Weg, 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 weg. Jetzt fliegt es auch noch. Heil nicht vergessen. Oh, was ist hier? Auflagen. Ganz wichtig, ganz wichtig. Oh, da hält sich. Oh, 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 ganz weg, ganz schnell weg, ganz schnell weg, ganz schnell weg. Schnell weg, schnell weg, ausweichen. Hier ist ganz gut zum Ausweichen. Ganz gut zum Ausweichen. Hier mag ich Ausweichen. Hier finde ich es gut. Heil nicht vergessen. Okay. Hast du noch dein Megaschutzschild? Nee, brauchst nicht. Nimm das, du kleines schwarzenschwein. Okay. Ah, ich müsste mich heilen. Er auch. Okay, okay, Schutzschild. Dämonettenpower, Dämonettenpower. Wenn wir hier einmal im Kreis... Bis er den verloren hat. Warte. Nichts, Entschuldigung. Ganz schlecht. Nein, was du mal gerade geschrien hast. Bleib weg. Brauch ich nicht. Hammer, 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 Hammer. Komm her, komm her, komm her, komm her, du Sackgesicht. Nee, nee, komm zu mir, du Sackgesicht. Nein, deine Mutter ist an der Kacke, Esel. Ah, 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 ah. Spring weg, heil dich, mach was. Oh, fuck it, Alter. Ich wäre fast verreckt. Jetzt kann diese Sau sich wieder heilen. Oh, wir müssen echt warten, wir müssen echt warten. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Hart rechts, hart links. Ah, 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 ah. Endlich können wir uns heilen. Oh, danke, Dämonetten. So. Ah, diese Hackfresse. Schon wieder keine Energie. Nee. Heilen. Das ist, ihr wisst gar nicht, wie glücklich das was ist. Ah, dieses Arschloch. Komm her. Ich muss weg, ich muss weg. Scheiße. Jetzt heilt er sich wieder. Oh, 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 oh. Wichs. Ach, das ist so ärgerlich. Es hat nicht mehr viel gefehlt, dann hätten wir diesen scheiß Wichser den Kopf abgeschlagen. Ah. Mann. Es hat wirklich nicht mehr viel gefehlt. Das Problem ist, wenn wir immer zu nah, es war so, wir haben Schaden ausgeteilt, er hat sich geheilt, wir mussten uns aber auch wieder heilen. Es waren einfach zu wenig Dämonetten da. Ja, komm, neu starten. Ah, es regt mich so ein bisschen auf hier. Ja, du Hackfresse, ich will dich zerstückeln, du. Das bewegt dich mit deiner Animation. Ich will dich zerhackstückeln. Ah, deine Mutter war eine Kuh, du. Kleine Scheißteil, du. Ah, jetzt hat er wieder seine Scheiß-Paketflöße gemacht. Ah, ich renne auch noch rein. So. Ich bin halb tot, Scheiße. Das war doch nicht so eine gute Idee, ihn zu stören. Das hat uns gerade so ein bisschen die Möglichkeit gegeben, äh, nicht gegeben, zu heilen. So. Okay. Oh, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Ah, das mit dem Heilen ist so ein kleines Problem in diesem Spiel. Ups, das war noch das, oder? Nein! Ah, er hat mich zweimal erwischt. Okay, Schutzschild ist aktiv. Wir rennen mal ein bisschen weg. Dämonetten-Power! Da lässt mir auch kein was das unhöfliches Dämonetten-Packen. Äh, ganz schlecht. Oh, und denk. Aua, jetzt hat er mich betreut. Das ist Pech. Das ist einfach nur Pech. Ah, jetzt halte er sich wieder voll. So, ein Schutzschild weg. Bleibt doch. Hätte seine Attack abwarten sollen. Aber ich brauche mal eine Super-Attacke wieder. Macht er Schutzschild? Okay, er macht, äh, Schutzschild-Tacke. Rennen wir mal ein bisschen rum. Bisschen. Oh, dieser Energie-Bubbel da. Geh, verpiss dich. Ah, zweimal erwischt. So ein kleines Arschloch. Warte, bleib da stehen, bleib da stehen, bleib da stehen. Bleib da stehen. Nein, nein. Wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen weg. Oh, wir haben es gerade so geschafft. Oh, bei Grimm-Dias-Bads. Haha. So. Oh. Entschuldigung, da, bei den Endgegnern gehe ich immer so persönlich ein bisschen mit. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr geflucht. Wenn doch, äh, Oropax, mal die Ronnen auswaschen, das tut ganz gut. So, äh, warum höre ich jetzt, muss ich hier vorlesen hier. Der Handschuh ist alt und perfekt verarbeitet, ein Geschenk für einen König. Er ruft Bilder von Macht, Autorität und von Ruhm, Reichtum und Bewunderung hervor. Die Reliquie berührt deine Seele, zehrt deine tiefsten und geheimsten Begierden in den Vordergrund. Ich verweise da nochmal auf den Jägerzaun. Das Gästchen ist nicht für dich, Dwarf. Nur ein Eierwild und ein kaltes Herz können seine Temptungen resistieren. Let me deal with it. By the ancestors. That thing is vile. Get it away from me. Congratulations, my friend. I knew you could do it. I knew it from the moment I saw you. I sensed the battle with the demon and came as quickly as I could. You have done well, Braggie. An ancient and wicked spirit has been banished from this world. But what of the Harbinger? Where is she? I don't know, but Skraling said she was close by. Skraling was right. Oh, surprise. You should have taken his offer. Now it's too late. The old world will soon be mine. Grimlious beard! The Harbinger tricked me! She was at Ax Reach the whole time and I never guessed a thing! There was no way you could have known, Braggie Axbiter. The Harbinger is a sorceress of Tzintch, the most mercurial Chaos God. Her powers are beyond mortal ken. Given time, I might have seen through her spell. But I was forced to remain with the Waystone. Perhaps she counted on that. Aren't you led us right to Skraling? Why would she do such a thing? It makes no sense! Unless... Unless what? Go on, let's have it! It was Kessler who told us that the Harbinger was searching for a champion to lead Kul's Horde. But what if that was a lie? What if she's been searching for these champions so she can eliminate her competition? By the ancestors! We've been doing her dirty work this whole time! Now her rivals are dead, and she has collected their relics. There is no one left to stop her now. Think again, Elf! As long as I can still swing an axe, we've still got a chance! Go on then, use your magic and find her, and I'll take care of the rest! There may be a way, but I dare not attempt it here. We must return to Nuln at once. Meet me at the Waystone, when you are ready to depart. But make haste! I fear that Magnus has little time left. This Magier I've already forgotten. So, we have everything now for the last episode. We can now do the Boss Wash, etc. Aber vorher steigern wir unsere Gesundheit und ja, sieht doch auch gut aus. Rüstungsdurchbrechend, mehr Schaden. Hm. Ach wohl, komm. Bessere Rüstung, aber wieder keine Gesundheitsregeneration. Ich weiß nicht, dieses minimale Gesundheitsregeneration. Ich finde, auch bei diesem Gegner habt ihr ja gemerkt, diese eine Situation, das erste Mal, als ich gestorben bin. Immer hat er mich ein bisschen gehauen, oder ich hab mich ein bisschen gehauen, oder wir haben es beide ein bisschen gehauen. Und dann mussten wir uns beide heilen, das war so eine Patz-Situation. Das kann doch alles weg hier, oder? Dann tauschen wir die. Aber doch, die Schuhe sind besser. Sind die hier überhaupt nochmal nur Schaden? Okay, wir behalten nochmal das andere Amulett. Nee, das war das Falsche. Das behalten wir. Damage wollen wir machen, Damage. Ja, wir haben jetzt zwar bessere Rüstungen, aber ich behalre so oft meine Gesundheitsregeneration. Ob das jetzt so gut ist, weiß ich nicht, aber wenn es mir jetzt wo ist, ich schmeiße den ganzen Scheiß weg. Einmal in die Altkleidersammlung. So, und dann können wir ja schon quasi in das nächste Gebiet springen. Was hatten wir noch nicht? Wir hatten Wald, wir hatten Schnee mit Wald. Hm. Was hatten wir noch? Hm. Ich würde jetzt mal sagen, wir machen hier einen Break und wir erfahren es nächstes Mal. Was für ein nächstes Gebiet wohl kommen mag. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Like, einen Kommentar oder ein Abo. Würde mich sehr freuen. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.